So, und Erinnerung in ... Entschuldigung. Ungefähr ne halbe Stunde. Ach, ungefähr ne dreiviertel Stunde. Fängt Lestream an. Wir spielen vermutlich Isaac Rebirth, Lost Freischalten, Puzzle Project 1 als SMB-Hack. Und in VVVVV, denke ich, gucken wir uns mal den Flip-Mode an. Ansonsten werden wir sehen. Vielleicht machen wir auch was anderes. Wahrscheinlich eher nicht. Danke fürs Zuhören und vielleicht bis gleich. Tschüss.